Ich mache jetzt gerade ein Rezept für euch, also nicht für euch, sondern für mich. Ich teile euch es mit, das nennt sich Karotten-Tartartopf. Vom Bild her schaut es sehr lecker aus, deswegen mache ich mir das jetzt. Dazu braucht es hier 2 Karotten, 200 Gramm Kartoffeln, wir haben bei mir jetzt die 3 Kartoffeln, 1 Teelöffel Rapsöl, dann braucht es hier 200 Gramm Verschiertes, Salz, Pfeffer und 150 Milliliter Gemüsebrühe, 1 Esslöffel Sauerrahm und 1 Esslöffel gehackte Petersilie. Die Gemüsebrühe habe ich jetzt gerade fertig gemacht. Kartoffeln und Karotten schälen und in Würfel schneiden. Öl in einen Topf erhitzen und verschiedenes darin krümmerlich anbraten. Karotten und Kartoffelwürfel zufügen, kurz mitbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Gemüsebrühe angießen und mit geschlossenen Deckel ca. 20 Minuten lang garen lassen. Dabei gelegentlich umrühren, Karotten-Tadat-Topf abschmecken und mit einem Kleck Sauerrahm und Petersilie verfeinern. Ich schreibe euch das wieder unten hin. Das kommt jetzt nicht zu Wettwatchers dazu, sondern in einen extra Beitrag. Und ja, das könnt ihr dann nachmachen. Ich schreibe euch das noch einmal alles auf, was ihr braucht, in meinem Blog. Und ich werde das auch im Video versuchen irgendwie zu machen. Und dann bin ich gespannt, ob euch das geschmeckt hat oder nicht. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020